Musik 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 50, Levisit, ein Läufer aus Sachsen, seit dem Hallabendkopf, der ist gut, und auch von Rady Borow. Dominik, ja, und für den Leitwein, der Kapitän, auf den Dagenplatz 18. Das war's. Das war's. Applaus Und da haben wir jetzt den Führerfeil mit dem Sausen, Ludwig Jahn und Levisin mit 65,57 Sekunden. Der erste Standort von dem Stichparkour ist Ludwig Jahn mit der 1.77 Levisin. Der erste Standort von dem Stichparkour ist Ludwig Jahn und Levisin. Der erste Standort von dem Stichparkour ist Ludwig Jahn und Levisin. Der erste Standort von dem Stichparkour ist Ludwig Jahn und Levisin. Der erste Standort von dem Stichparkour ist Ludwig Jahn und Levisin. Der erste Standort von dem Stichparkour ist Ludwig Jahn und Levisin. Ludwig Jahn und Levisin. Der ersten Standort von dem Stichparkour ist Ludwig Jahn und Levisin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020